Auch wenn Mallorca überwiegend mit schönem Wetter gesegnet ist, kommt es ab Oktober schon einmal zu einigen Stürmen vor der Küste der Insel. Diese treten meist schnell und heftig auf und können durchaus einigen Schaden anrichten, sind aber kaum vergleichbar mit den Turbulenzen in Florida. Wetterbeobachtungen haben ergeben, dass die Herbststürme um die Balearen langfristig eher abzunehmen scheinen, was viele Mallorca-Fans freuen wird und auf viele sonnige und heiße Sommer hoffen lässt. Nach einem Unwetter reißt der Himmel meist schnell wieder auf und die Abendsonne lässt durch ihr prächtiges Farbenspiel schnell vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020